bis ganz nach hinten ich glaube das wird gar nicht warm da drinnen da hinten dann trikot wechsel deswegen sehen kai und christian im moment noch ein hauch ja wie sagt man denn unförmig muskulöser aus genau und jetzt wechseln die männer und wir frauen gucken zu und wenn das passiert ist wieder rein in die rolle und zurückrollen und wer zuerst über die ziellinie ist gewinnt das erste den ersten punkt für sein team dass ich wo ich bin ist die ziel ihr kennt mich an den gelben leuchten ja schon gut bei ross wie geht man überhaupt da rein natürlich ist ja komisch ich halte die dänen noch ein bisschen fest auf die plätze fertig und dann eins nach dem anderen rüberziehen genau ganz in ruhe jawohl ich helfe nicht ich bin fast unparteiisch sehr gut schön die arme lang machen dann geht es leichter elf trikots einmal komplett den nummer satz rüber und giovanni ist natürlich höchst motiviert hat gerade bei stefan raab die stop car challenge gewonnen wir hatten guten lauf wenn wir die italiener sehen na gut schlecht spielte nicht du hast noch was an aber gleich haben wir so und noch eins kommt es sehr gut wieder rein und in ruhe zurück ihr habt mords vor ganz in ruhe so und jetzt ganz im teolingen wanderschnitt der künstlerische gesenkt eindruck der zieht ja auch sehr gut guckt mal als sei dass jungen froh und freundschaft ganz in deutschland ist da komm zu mir jana kai korn guckt mal ein riesen extra applaus für kai böcking der da die ehre des das team dänemark